Moin Meister! Und was denkst du, was heute noch so gehen wird? Ja, hier, paar nette Mädels! Es gibt ne gute Übung, die ich persönlich sehr mag, die sind Düpps. Hast du schon mal gedüppt, irgendwo reingedüppt oder hast du eher reindüppen lassen? Feines? Ja, ok. Gefickt haben sie uns! Mädels, im Chat gerade bitte nur an die Mädels. Fändet ihr's nice? Und ich rede jetzt nicht von irgendeinem random Typen, sondern von einem Typen, den ihr nice findet, den ihr mögt, von dem nen Dickpick zu erhalten. Nur an die Mädels jetzt mal. 17 MS, du bist kein Mädel. Arlip, du bist auch kein Mädchen? Warum stelle ich solche Fragen in meinem Chat eigentlich noch? Es ist wichtig, im Gym hin und wieder schwere Handeln zu nehmen und sich einfach auch vorzustellen, wie es jetzt wäre, die zu stemmen. Was manche sich da rausgenommen haben und geschrieben haben. Konstruktive Kritik nehme ich immer sehr, sehr gerne an, aber jeglichen... Ist das bei manchen gerade extrem laut, der Bass? Ey Juni, du fühlst mal auf dem Ofen Wasser! War der laut? Der fühlst mal auf dem Ofen Wasser! Echt jetzt? Bei mir ist der voll geil, warte mal! So, jetzt einmal das Gericht abheben, bitte. Nicht auspupsen! Weißt du, wie ich geparkt hab? Wie der letzte Mensch auf der ganzen Welt. Ich hab so halb auf dem Bordstein gefahren. Also, du bist nicht reingefahren. Kein Bock, weil dann hättest du mich vielleicht schon gesehen, wenn ich überraschende an das Fenster. Genau. Hallo, lass mich mal. Okay, gar nicht, danke. War schön. Ich glaube, du bist, ähm, um eine Runde zu boxen. Ob ich boxe? Digger, das ist gar kein Problem. Geh kurz aus dem Weg. Äh, ich geh nur. Also, ihr könnt jetzt OVR spielen. Nachdem du das letzte Mal gegangen bist, warst du halt nur kurz ein paar Monate weg. Oh mein Gott, jetzt hör auf. Das heißt, du würdest, im Prinzip, wenn du das Gewicht raus... Psst. Und jetzt runter? Ich hab dich. Genau, das ist die Stellung, die wir am Ende des Tages haben. Ja, willst du mit dem AMG hinfahren? Ja. Aber wenn du die Felge mitnehmen... Ich war echt nicht kaputt. Oh nein. Ich war echt nicht kaputt. Ich verspreche, äh, Digger, ich war echt krank gut. Wow. Zu wild. Zu wild, ja. Also, ey, Leute, also... Sehr gut. Sehr spendabel heute. Stiffen. Stiffen, er fällt geht auch im Moment. Stiffen darf jetzt mit dem AMG kurz mir und Elena was zum Essen holen. Stiffen, kommst du? Jo. Wahrscheinlich Cabrio. Wahrscheinlich Cabrio. Wahrscheinlich Cabrio. Lachs, Alter. Alles klar. Jo. Wahrscheinlich Cabrio. Wahrscheinlich Cabrio. Jeha. Steffen, gönnt sich direkt Cabrio. Minus zwei Grad. Jungs, lass direkt das Cabrio in Speise, Digga, wenn du jetzt die Felge mitnimmst. Steffen. 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 Guck mal. Guck so raus, wirklich. Das bringt nichts mit Kamera. Nichts mit Kamera. Nimm deinen Kopf, Digga. Nimm deinen Kopf. Steffen. Hallo. Nimm deinen Kopf und geh wirklich so drüber. So drüber und guck. Ja, genau so. Und wenn du links vorbei passt, dann passt auch rechts. Langsam. Jo. Warte, wie hängt das? Oh shit. Das war aber laut. Das war die Felge. Oh mein Gott, Leute. Das war die Felge. Scheiße. Das war die Felge. Ich glaub das nicht. Ja, Leute. Das war wirklich die Felge. Steffen ist weg. Ich hoffe einfach nur, dass es nicht die Felge war. Ich bin ein Star. Nimm mich auseinander. Ich bin ein Prinster blonde herr Schrainer von